Ab 2013 muss jeder Haushalt in Deutschland seinen Beitrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk leisten, ob er diesen nutzt oder nicht. Wir werden mit weiteren Zwangsgebühren belastet zu den ohnehin schon horrenden Steuern für ein Fernsehprogramm, was miserabler und manipulativer nicht sein könnte. Die Qualität des uns täglich Dargebotenen ist grausam. Wir werden von den abgabepflichtigen Regierungsmedien täglich missinformiert und manipuliert. Und höchst im Golf von Mexiko, Fukushima, Korruption, S21, der ESM, der Elissabon-Vertrag, 9-11 oder die Berichterstattung um einen von den zahllosen, sinnlosen Kriegen. Falsche Zahlen, Meinungsmache, Lügen, Auslassungen, Verspätungen. Der Qualitätsjournalismus in Anführungsstrichen unterstützt jede Art von Intransparenz. Zwischen den Episoden der Misinformation bombardieren sie uns mit einem über die Jahre immer schlechter gewordenen Theater aus Schmieren, Drama, Klatsch, Sterbung, Konsum und Jet-Set. In der Absicht uns zu unterhalten, was heißt uns unten zu halten. Die Masse der Bevölkerung soll in Trance und Apathie gehalten werden. Uninformiert und misinformiert. Jeder halbwegs professionelle Blogger liefert im Film von drei Leuten ein besseres Ergebnis als diese Leute mit einem Millionenbudget. Sie sind die Huren von Politik und Kapital. Und uns wollen sie jetzt zur Kasse bitten für dieses Musikantenstadel, wo immer mehr von uns aus gutem Grund den Pro-Fernseher ganz auf den Wohnungen verbanden. Und wir sollen bezahlen für etwas, das wir weder bestellt haben noch konsumieren wollen. Nein, danke, nicht mit uns. Das ist schon oben mega cool, wenn ihr was sagen möchtet, kann gerne was sagen. Ja, hier ist VZDF. Zwangsgebühren, Zwangsgebühren, wollen sie es abknöpfen. Sie wollen uns Geld noch weiter aus der Tasche ziehen, noch mehr zu den Steuern. Jetzt, egal ob ich Fernseher oder nicht, ob ich Fernseherberat habe oder nicht. Zwangsgebühren, Zwangsabgaben. Wollen wir uns das weiter gefallen lassen? Ich weiß nicht, jeder andere Kollege wollte noch was sagen zur Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, glaube ich, rechtlich doch. Ich möchte euch alle nochmal daran erinnern, jeder Einzelne von euch kann Widerspruch gegen die neuen GEZ-Bescheide einreichen. Mit der Begründung, dass ihr erst einmal die Popularitätsklage gegen die GEZ-Neuregelung aus Bayern abwarten wollt. Die wird sich noch ewig hinziehen. Reicht Widerspruch ein gegen sämtliche Bescheide der GEZ ab 2013? Das dürft ihr!